Guten Morgen. Ich heiße Hugo. Ich stehe jeden Tag, every day, jeden Tag. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Um 6.15 Uhr morgens dusche ich. Um 6.30 Uhr frühstücke ich. Um 6.45 Uhr putze ich meine Zähne. Okay. Und dann, and then, um 7 Uhr arbeite ich online. Um 7 Uhr arbeite ich. Um 12 Uhr esse ich zu Mittag. Um 13 Uhr dreißig trinke ich Kaffee. Um 17 Uhr sehe ich eine Stunde, one hour. Um 17 Uhr sehe ich eine Stunde fern. Um 7 Uhr gucke ich eine Stunde fern. Okay. Um 20 Uhr esse ich Abendessen. Oh, I know that's late. Um 20 Uhr esse ich Abendessen. Und um 22 Uhr dreißig gehe ich ins Bett. I go to bed. Um 22 Uhr dreißig gehe ich ins Bett. Und du? Gut. Um 22 Uhr.